Musik Vropnek liegt im wunderschönen Kroatien, in der Region Kvaner Bucht, an der Ostküste der Insel Krig und ist von München aus ca. 570 km entfernt, mit dem Auto also in ca. 6,5 Stunden erreichbar. Bei der Anreise aus Richtung Schilow fährt man mitten durch die Weinfelder und Weinreben, wofür die Weinstadt Vropnek auch bekannt ist. Der Ort Vropnek wurde auf einem 49 Meter hohen Felsen, der steil ins Meer abfällt, erbaut. Ziehen Sie durch die Altstadt von Vropnek, durch die gepflasterten schmalen Gassen, vorbei an alten Gebäuden, zahlreichen Weinstuben, kleinen Geschäften und Restaurants, die dem Ort einen unverwechselbaren Charme verleihen. Sie müssen unbedingt auch durch eine der engsten Gassen der Welt laufen, den Gästlein Klanschitsch, was so viel wie Engpass bedeutet. Sehr spannend. Musik Folgen Sie den Einheimischen durch die engen Gassen bis zum Glockenturm der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, mit der schönen, im gotischen Stil erbauten Rosenkranzkapelle, die sich mitten im Zentrum des Ortes befindet. Musik Sie finden überall in Vropnek zahlreiche schöne Aussichtspunkte, von denen man einen herrlichen Ausblick aufs Meer hat. Auch kulinarisch hat Vropnek einiges zu bieten. Lassen Sie sich überraschen. Gestärkt können Sie dann weiter die Altstadt erkunden, bis hinauf zur Kirche, mit einem wunderschönen Ausblick aufs Meer. Musik Slatina ist der selbst gekellerte Weisswein, für den Vropnek weltweit bekannt ist. Weinliebhaber können bei einer Weinprobe den stark honigfarbenen, fruchtigen Weisswein verkosten. Nicht selten bekommt man beim Schlendern durch die Gassen sogar ein Gläschen von den gastfreundlichen Bewohnern angeboten, die gerne mal ein Schlückchen davon trinken. Musik Jedes Jahr am letzten Augustwochenende gibt es die Weintage der Insel Glik. Dort kann man die Weine von Vropnek und jedes Jahr von einer anderen Region Kroatiens verkosten. Ein echter Insider-Tipp. Rund um Vropnek findet man traumhafte Badebuchten. Eine davon ist der Sandstrand Svedi Marak, ca. 6 Kilometer von Vropnek entfernt. Es ist einer der wenigen Sandstrände neben zahlreichen Kieselstränden, die es auf der Insel Glik gibt und deshalb vor allem bei Familien mit Kindern sehr beliebt. Die Kinder können im seichten Wasser spielen, während die Eltern in der Strandbar schon mal ein kühles Bibu genießen können. Zurück in Vropnek können Sie den Markt erkunden, auf dem Produkte aus heimischem Anbau wie Olivenöl, Honig und Käse angeboten werden, die Sie gleich am Marktplatz verköstigen können. Musik Lust auf mehr? Dann besuchen Sie Vropnek und uns, den Kroatien-Spezialisten. Klaati D. Musik 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 Musik